Oh Gott, die Musik, ey. Lol. Oh Gott, ich bin echt zu fett. Damn, we're too late. We better run to the amusement park. Oh, tolles Zeichen. Yay. Damn, we were too late. We better run to the amusement park. Wo ist der? Oh Gott. Glitche. Oh, ich hasse diese Treppe, ey. Ist so eng bemessen hier. Scheiße, du wirst die Hilfe. Ich komm nicht aus der Tür raus. Gott, warum muss ich eh mit Tür in Deutschland zumachen? Oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich weg. Ach nein, Alan. Geh jetzt kacken. Ich schmeiß gleich eine Pipebomb auf dich. Ja, das will ich wieder ganz nix. Ja, okay. Ich will nicht mal wehen. Jetzt bewegt dein Arsch da weg. Ja. I was stucked. Gott. Enges Ding hier. Das ist ja schlimmer als ein String-Tanga. Was? Du musst es wissen. Ja, und? Nur weil ich andere Vorlieben hab als du? Oh, das ist aber so. Nur weil ich schwarz bin? Ja. 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 Das Bild in meinem Kopf, was ich grad sehe, gefällt mir gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was du denkst. Ich denk nur an das, was du gerade gesagt hast. So ein Fan wie Lewis mit einem String-Tanga. Nicht Lewis. Ja. Minus eins, minus zwei. Ich will telefonieren. Ich will Fernsehen gucken. Hier ist ne Tür, oh mein Gott, wo geht die Tür hin? Eine Lampe, oh mein Gott. Eine unzerstöbare Lampe. stürbare Lampe. Sie ist doch die Silent Hill Lampe von Ikea. Kaufen wir jetzt die neue Silent Hill Lampe. Nur exklusiv bei Ikea. Okay, Tür zu. Das spawnen eben Dabs viele Zombies. Da hatte ich Angst mit offener Tür. Fahren wir grad irgendwie oder so? Nein. Ein Trumpel zu behindert. Ach, ich soll mir gar nicht längst. Ich sehe uraltische Sound-Geräusche. Wo bist du denn? Da bist du nicht. Na, hierhin. Du musst du... Oh Gott, diese scheiß Türen! Scheiß Japaner! Ach ne, falsches Spiel. Auch von Ikea. Da geht's noch mal. So, das war die Tür. Mach das nicht mehr aus, sondern die Tür. Gott, der Rumpel. Das denn hier? Wer rammelt denn da das Blech aus? Ich. Das ist ja grau nah. Was? Was was denn das jetzt? Oh, nicht! Was? gut gar nicht ab nun sagt das ist ja wenn der jetzt tut ist dass du noch mal aufstehen und dann den der Landkreis vorbeiläuft immer so stich haut wo sind wir hier lacht doch etwas so das war der Plan der da so beleuchtet kann ist der Mieter das Hauptpark gemeint nee ein Mieter schaust es einfach der Part sicher eine Teil der Schiffers Prozent lebt Zeit Prozent die US-Mann-Park Schätzungsweise hier irgendwo oder da um zum ersten Mal sich hier in den Zeichel für die Papenbruch die Moni hier vielleicht die die Lichter wo es sehr fett sagt das ist doch egal in der Decke nicht reingehen Lecks der Amusement Park Gott ist der auch auf der Treppe heute jetzt weiß ich nicht mehr ich will ich auch nicht acht Jetzt geht's doch nach Hause. Das war's für euch. Jetzt geht's doch nach Hause.